Hallo zusammen, ich bin Taurin, Lernender Anlagenführer bei der Hoffmann Neopacker AG im zweiten Lehrjahr. Heute würde ich euch gerne meinen Berufsalltag näher bringen. Kommt doch einfach mal mit. Meine Tätigkeiten sind das Führen und Kontrollieren des Prozesses der Anlage. Ich bin dafür zuständig IPCs auszufüllen, was bei uns die Qualitätskontrollen sind. Ich bin auch zuständig für das Vorbereiten und Umrichten der Anlage selbst, für neue Aufträge, neue Kunden und einfach dafür sorgen, dass die Anlage reibungslos läuft. Dadurch, dass wir im pharmazeutischen Bereich arbeiten, haben wir eine sehr hohe Richtlinie, die wir einhalten müssen. Und dazu ist das IPC-Dokument eigentlich da, um das auch dem Kunden vorweisen zu können. Ein neuer Mitarbeiter muss Spaß an Anlagen und Maschinen haben und zeitlich flexibel sein. Das Besondere an der Firma selbst ist die Offenheit und Hilfsbereitschaft dem Lernenden gegenüber und dass wir ziemlich stark gefördert werden. So, jetzt hast du einen kleinen Einblick erhalten, was der Anlagenführer bei der Hoffmann Neopacker AG so macht. Falls dich dich neugierig gemacht hat, bewirb dich doch einfach bei uns. Vielleicht bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.